Ich habe dann die Bibel mal aufgeschlagen, auch als ich mal wieder so super frustriert war. Und da stand, der Herr hat mich vergessen. Jesaja 49. Da dachte ich, ey, das gibt es nicht, dass das da steht. Das ist genau das, was ich empfinde. Du hast mich vergessen. Hallo und herzlich willkommen bei Bibel TV, das Gespräch. Für jeden glaubenden Menschen ist es immer mal wieder Thema. Warum erfüllt Gott uns bestimmte Wünsche nicht? Selbst wenn sie noch so gut motiviert sind und niemandem schaden würden. Unser heutiger Gast wünschte sich jahrelang nichts mehr als eigene Kinder. Da dies aber nicht gelang, ging sie den langen Weg zur Adoption und nahm zwei Kinder an. Heute hat sie vier. Denn überraschenderweise kamen danach dann doch noch zwei eigene. Von ihren Erfahrungen berichtet uns heute Gertraud Schöpflin. Herzlich willkommen. Guten Tag, Herr Severin. Acht Jahre hat es gedauert, wo sie, wenn man das so sagen kann, versucht haben, eigene Kinder zu bekommen. Ich nehme an, am Anfang ist es so gewesen, dass man gedacht hat, naja, jetzt hat es noch nicht geklappt. Beim nächsten Mal wird es so klappen und dann vielleicht beim dritten Mal oder weiß der Himmel was. Aber dann ist das irgendwann mal vermutlich in Frustration umgeschlagen. Können Sie sich noch so erinnern, wie das Gefühlsleben so war in dieser Zeit? Also Kinder zu haben, das war einfach so meine Vorstellung vom glücklichen Leben. Und zum Glück hat mein Mann diese Ansicht geteilt. Schon als wir geheiratet haben, haben wir schon darüber gesprochen. Wir wollen Kinder haben. Und das war auch für uns ziemlich schnell ein Thema, dieser Wunsch. Und es war dann so, klar, man stürzt da rein und denkt, so übermorgen wird es dann so sein. Und ja, als es dann übermorgen eben nicht so war, beginnt so eine Zeit von Warten. Man wird so mit jedem Monat nervöser. Und ja, und irgendwann habe ich realisiert, ey, das funktioniert nicht so. Und dann begann ich so heimlich einfach Angst zu bekommen. Und aus der Angst wurde dann eigentlich mit der Zeit eine Depression. Ja, also ein Jahr verkraftet man ganz gut, aber so mit den Jahren, das zog sich ja dann, und da halfen auch die guten Wünschte nicht mehr von den anderen so um uns rum. Die sagten, ja, ihr seid doch noch jung und ja, du musst deinen Beruf wechseln, habe ich sogar gemacht, ja. Aber es hat alles nichts genutzt. Warum Beruf? Weil das, weißt du, stressig war? Ja, ich war damals Redakteurin bei einer Tageszeitung und man sagte, das sei einfach zu stressig. Und dann habe ich gedacht, okay, machst du ein Studium. Vom Studium bin ich auch nicht schwanger geworden. Das hört man auch selten, oder? Ja, ich bin also Lehrerin darüber geworden, aber eben nicht schwanger. Aber mein Traum war eigentlich, Mutter zu werden. Und ich rutschte so, vor allem sonntags, wenn ich Zeit hatte, in eine Depression. Zumal es auch keine medizinischen Gründe gab, oder? Ja, richtig. Ja, wir sind zum Arzt, haben es abklären lassen. Und vielen kinderlosen Ehepaaren geht es so, dass eigentlich gar kein Grund vorliegt. Und es war dann immer sonntags, tat sich das schwarze Loch auf. Und ich fiel so richtig rein. Ich wusste, das ist wieder dieses schwarze Loch. Und bin da drin versunken, weil mit diesem Kinderwunsch eigentlich auch meine Vorstellung vom glücklichen Leben in sich zusammengefallen ist. Und das will man dann natürlich irgendwann verändern. Sie hatten allerdings die Kraft noch dazu, zum Glück. Also ich meine, Depression ist ja dann oft so, dass man eigentlich dann sagt, jetzt ist es so, jetzt will ich auch gar nichts mehr. Irgendwann war dann die Entscheidung klar, jetzt wollen wir adoptieren. Oder haben Sie auch andere Überlegungen gehabt, damit umzugehen? Also erstmal war es für mich eine Wanderung, sag ich mal, so eine Wüstenwanderung. Weil es auch, als Christ habe ich ja erstmal auch gebetet. Habe dann meine anderen Mitchristen um mich herum gebeten, mit uns zu beten, im Hauskreis, in einer kleinen Gemeinde, wo wir damals waren. Man hat für uns gebetet, mit uns gebetet, wir haben natürlich gebetet. Und erstmal habe ich so festgestellt, Gott hört nicht mein Gebet. Und dann dachte ich so, hey, du bist doch der, der mir das Kind geben kann. Warum hörst du mein Gebet nicht? Und ich bin dann in so einen Ärger auf Gott gerutscht. Und ich war eigentlich in so einem Groll und war sauer auf Gott. Und bevor wir zur Adoption dann gekommen sind, war eigentlich erst dieser Prozess, wo ich mit Gott gehadert habe. Und irgendwann gemerkt habe, in dieser Sackgasse kommst du nicht weiter. Du sitzt da, bist sauer auf Gott. Und es hat mich auch unglücklich gemacht, weil eigentlich habe ich Gott geliebt. Und dann fand ich es wirklich sehr schön, hat Gott begonnen, zu mir zu reden. Ich habe dann die Bibel mal aufgeschlagen, auch als ich mal wieder so super frustriert war. Und da stand, der Herr hat mich vergessen. Jesaja 49. Und da dachte ich, ey, das gibt es nicht, dass das da steht. Das ist genau das, was ich empfinde. Du hast mich vergessen. Und dann geht es ja weiter, dass er sagt, sollte eine Frau ihr Kind vergessen. Und ich kenne in der Zwischenzeit Frauen, die auch mir ihr Kind anvertraut haben. Und ich weiß, eine Mutter hat zu mir immer gesagt, ich habe jeden Tag an mein Kind gedacht, dass sie mir anvertraut hat. Also Gott vergisst uns nicht, ja, auch wenn wir denken, er vergisst uns. Und es heißt dann in diesem Bibelfers, ich habe dich in meine Hände gezeichnet. Und da begann in mir so ein Prozess, wo ich gemerkt habe, Gott ist da. Er sieht mich in meiner Not. Und ich habe dann begonnen, alle Bibelstellen zu suchen zum Thema Kinderlosigkeit. Ich habe gestaunt, wie viel es davon in der Bibel gibt. Und habe dann gemerkt, Gott steht auf meiner Seite. Lassen Sie uns nochmal gerade kurz zurückgehen. Also der erste Stand war ja, dass Sie nicht verbittert waren, aber dann doch sauer. Sie haben eben gesagt, ich war sauer auf Gott. Ich war sauer auf Gott, haben Sie eben gesagt. Und das ist dann so. Aber wie haben Sie das dann gemacht, dass es doch zu einem Wandel kam? Sie haben eben gesagt, Sie haben dann diverse Dinge gelesen und so weiter und so weiter. Das ist ja jetzt nicht ein Automatismus. Man liest dann plötzlich mal andere Bibelstellen und schon ist dieser ganze Ärger weg. Ich hatte einfach so kleine Erlebnisse, wo ich merkte, Gott ist da. Auch wenn ich gerade mit dem sauer bin, er ist nicht mit mir sauer. Er ist da und ein schönes Erlebnis zum Beispiel, das ich hatte, das waren Gäste in unserer Gemeinde aus Südafrika. Und meistens ging es so um die üblichen Themen. Ja, wollte denn keine Kinder haben? Und die waren ein bisschen anders. Die eine Frau sagte zu mir, ich spüre, dass du einen weinenden Mutterleib hast. Und ich würde einfach gerne Trost hineinsprechen. Ja, es war so in Englisch damals. Und dann hat sie einfach so ganz still für mich gebetet, so ganz leise und sacht. Und ich glaube, das war eines der Mosaiksteinchen, wo ich gemerkt habe, Gott ist da. Und ich weiß, wie ich einmal noch einen ganz schlichten Vers gelesen habe im ersten Mose, wo es heißt, seid fruchtbar und mehret euch. Und da dachte ich, hey, das ist ja Gottes Wille für mich, dass wir fruchtbar sind und uns mehren. Das ist nicht, weil ich so hysterisch bin. Ich glaube auch, manchmal denkt man ja schon, man spinnt, wenn man sich etwas so wünscht, so sehr wünscht. Weil so ein Wunsch, der kann ja so eine starke Eigendynamik bekommen. Und man überlegt sich, ja, was könnten wir denn noch mit unserem Leben anfangen, wenn sich das jetzt nicht so erfüllt. Und da habe ich gesehen, Gott steht auf meiner Seite. Ich darf mir das wünschen. Ich bin nicht außerhalb von Gottes Wille, wenn ich mir ein Kind wünsche oder wenn ich mir einen Mann wünsche. Das ist ganz normal, das hat Gott in mich reingelegt. Und er steht auf meiner Seite und kämpft mit mir gegen das, was dem entgegensteht. Sie sagen das jetzt so, das klingt so, als hätte es eben auch Leute gegeben, die gesagt haben, akzeptiere das jetzt mal, das muss dann eben so sein. Richtig. Da habe ich gar niemanden dazu gebraucht von außen, die gab es natürlich die Menschen. Aber ich habe mir das auch selber gesagt. Ich sage, man kann doch auch anders sinnvoll leben. Wir leben ja zum Glück nicht mehr in einer Kultur, wo eine Frau ihren Wert nur durch Kinderkriegen beweisen muss. Ja, also ich dachte auch, Mensch, vielleicht hat Gott auch für uns einen anderen Weg. Und trotzdem, ich kam an einen Punkt, wo ich dann zu Gott sagte, hör zu, ich liebe dich mit meiner ganzen Kraft. Du musst mir kein Kind mehr schenken, damit ich dich mehr liebe. Ein Kind wird zwischen uns nichts verändern, habe ich so zu Gott immer gesagt. Ich glaube, dass du das tun kannst, dass du es schenken kannst, aber ich mache meine Liebe von dir davon nicht mehr abhängig. Und da bin ich so in so eine Ruhe reingekommen und in so eine Freude. Und es war auch eine Zeit, wo zum Beispiel auch ein Tanzteam in unsere Gemeinde kam und ich begonnen habe, dann so im Kreativbereich zu tanzen. Und mir hat das geholfen. Es gibt auch so ein Psalmvers, du hast so mein Klagelied in Tanz verwandelt. Und es war wirklich für mich so, ja, also dieses Tanzen, dieses ganz bewusste, im Lobpreis sich zu bewegen, Gott ganz bewusst zu preisen, das hat mir geholfen, wegzugucken von meiner Bitterkeit und einfach etwas Gutes für mein Leben zu erwarten. Ist das vielleicht auch schon ein Tipp oder auch eine leichte Antwort darauf, auf die Frage, die man sich da natürlich stellt? Also warum werden bestimmte Wünsche nicht erfüllt? Das weiß ich natürlich nicht, warum Gott manche Wünsche nicht erfüllt. Aber ich glaube, er lässt es zu, dass es nicht immer nach unserem Kopf geht. Weil ich glaube, er lässt manche Dinge zu, gerade bei unseren Herzenswünschen. Die kann er gebrauchen, um uns zu sich zu ziehen. Weil ich glaube, der Sinn unseres Lebens ist ja nicht, dass sich unsere Wünsche erfüllen. Sondern der Sinn unseres Lebens, glaube ich, ist, dass wir Gott besser kennenlernen und dass er sich in unserem Leben spiegelt. Und das war meine Erfahrung, ja. Ich war einfach gefordert, ihn zu suchen und mit ihm zu ringen. Und dabei habe ich ihn kennengelernt als einen treuen und liebenden Gott. Und das war wirklich die Reise wert. Was würden Sie denn sagen, was war es denn, was Sie versöhnt hat mit dem Gedanken, dass Sie zunächst mal keine Kinder bekommen können? Auf dem Hintergrund, auch mit Gott. Einfach dieses Vertrauen, dass er einen guten Weg für mich hat. Und dass ich eben gerade nicht davon abhängig bin, dass sich mein Wunsch erfüllt, sondern mir war es wichtig, dass sich seine Wünsche für mein Leben erfüllen. Und das hat mich in die Ruhe gebracht. Dass ich nicht mehr kämpfen musste, dass sich meine Vorstellung vom glücklichen Leben erfüllt, sondern dass ich in die Ruhe gekommen bin, wo ich dachte, Gott weiß, was für mich ein guter Weg ist. Und ich will mich auf diesen Weg einlassen. Jetzt könnte man natürlich sagen, Sie haben es trotzdem in die Hand genommen. Sie haben gesagt, okay, also das soll jetzt so sein. Wir wollen aber trotzdem Kinder haben. Wir adoptieren dann jetzt. Haben Sie das auch nochmal auf dem, wie soll ich sagen, auf der Matrix des Glaubens reflektiert, also mit Gott dann und haben dann gesagt, so ist das jetzt der richtige Weg? Oder haben Sie gesagt, okay, wenn es jetzt so ist, dann machen wir es eben so? Also ich glaube, dass der Glaube an Gott nicht automatisch Passivität bedeutet, sondern dass uns Gott aufs Wasser ruft. Das sagt ja auch zum Petrus, als der sagt, das Herr soll ich aufs Wasser gehen, sagt er, komm. Ja, und wir haben uns dann als Ehepaar überlegt, wollen wir jetzt mit Kinder leben, auch wenn wir keine eigenen haben, wollen wir mit Kinder leben oder wollen wir uns eine andere Lebensaufgabe suchen? Und wir haben dann empfunden, beide, nee, wir wünschen uns, mit Kindern zu leben. Wir überlegen, ja, Pflegekind oder eben Adoption. Und so haben wir uns aufgemacht in Richtung Adoption, haben dann Adoptionsverfahren also mitgemacht. Ich meine, Adoption ist ja nichts, was man gerade mal so über Nacht schnell hat. Da wird man lange geprüft. Wir sind zum Landratsamt und so weiter, haben Kurse mitgemacht. Und wir haben einfach gesehen, trägt das Wasser, ja. Und wir haben dann so einen längeren Kurs mitgemacht. Und wir hatten dann ein Erlebnis, wo in unserer Gemeinde eine amerikanische Gastsprecherin da war. Und sie sagte zu mir, das war damals im Januar, in einem Jahr, wenn ich wiederkomme, wirst du ein Kind haben. Sehr fast biblisch. Und genau, und ich hatte so etwas Ähnliches allerdings schon mal erlebt. Und da war dann nichts nach dem Jahr. Darum war ich ein bisschen vorsichtig, sage ich Ihnen ehrlich, dachte ich, ja, okay, ist vielleicht ein netter Wunsch. Nicht unbedingt die Stimme Gottes. Im Sommer war ich auch nicht schwanger. Dann sagte noch jemand mir, ach, vergib ihr, es war jetzt keine Stimme Gottes. Und wie gesagt, es war im Januar. Und dann eine Woche vor Weihnachten bekommen wir einen Anruf vom Jugendamt, wo wir in der Kartei hingen. Und die fragten uns, sind sie bereit, sich einer offenen Adoption zu stellen? Aus drei Ehepaaren darf sich die abgebende Mutter ein Elternpaar heraussuchen. Das heißt das, okay. Und es war dann wirklich so, wir haben dann, ich habe dann, wir haben dann ja gesagt, Telefon aufgelegt. Und in dem Moment fällt mir dieses Erlebnis ein mit diesen alten Predigerinnen, ja. In einem Jahr werdet ihr ein Kind haben. Und es war so, ja, wir haben dann wirklich zwei Tage vor Heiligabend, haben wir dieses Kind abgeholt. Und die leibliche Mutter hat es mir selbst in den Arm gelegt. Ja, es war eine herzzerreißende Erfahrung, wie sie da saß im Krankenhaus, so wie Maria an der Krippe mit dem Baby im Arm. Und sie hielt es die ganze Woche fest. Und der Sozialarbeiter sagte, rechnen Sie damit, dass es scheitert. Das gibt die nie her. Es war wirklich eine ganz nette junge Frau, die einfach verzweifelt war, keinen Weg für sich sah. Und sie hat gesagt, sie will nicht, dass ihr Kind in Armut aufwächst. Und sie hat es mir anvertraut. Und sie hat mir gerade vor zwei, drei Tagen hat sie mir geschrieben per WhatsApp und hat gesagt, ich bin so dankbar, dass Gott alles so gut geführt hat und dass er damals euch mir geschickt hat. Also war ich auch richtig. Ich habe eine Gänsehaut. Und es ist auch sehr, sehr wichtig, so am Rande bemerkt, es ist sehr wichtig, auch wenn man nicht bei seinen leiblichen Eltern groß werden kann, dass man diese Wurzelverbindung haben darf, zumindest wissen darf, wo stammt man her. Das ist sehr wichtig. Haben wir auch mit dem zweiten Sohn, der dann eben aus Weißrussland kam und der hatte gar nichts. Viele Jahre, wir hatten kein Foto, nichts. Und das war sehr, sehr bitter für dieses Kind. Zumal er merkte, dass sein Bruder den Kontakt hatte, nehme ich an. Ja, also da hat er auch oft, ich weiß, er hat dann schon als Neunjähriger gesagt, das macht man doch nicht, dass man sein Kind einfach im Kinderheim abgibt ohne ein Foto und gar nichts. Das geht doch gar nicht. Und er hatte da lang mit Bitterkeit zu kämpfen. Und ja, Gott hat es auch da gut gemacht. Wir haben dann, als er 18 Jahre alt wurde, haben wir die Erlaubnis bekommen, vom weißrussischen Konsulat eben die Mutter zu suchen. Und das Wunder ist auch da geschehen, dass wir eben seine leibliche Mutter auch in Weißrussland im letzten Sommer gefunden haben. Auch da eine Begegnung möglich war. Und selbst die weißrussischen Behörden, damals war es noch politisch etwas ruhiger, die haben gesagt, ja, erzählen Sie uns, wie das ausgegangen ist, weil das kommt ganz selten vor, dass sich leibliche Kinder und Eltern wiederfinden. Schön. Ja. Gut, damit wäre eigentlich alles wunderbar gewesen am Ende, oder? Und dann wurde es ja noch wunderbarer eigentlich, denn plötzlich waren Sie schwanger. Genau. Also nach 16 Jahren Ehe, ich hatte eigentlich, sag ich mal, innerlich abgeschlossen. Ja, ich war sehr, sehr glücklich. Ja, wir hatten zwei gesunde, super süße Jungs. Und wir wussten einfach, diese Jungs hat auch Gott in unser Leben geschenkt. Ja, wurde ich auf einmal schwanger. Und das war natürlich eine große Freude. Wobei, das waren keine so einfachen Schwangerschaften. Es begann dann auch schon so ein bisschen der Kampf, ja. Also ich habe dann noch zwei Jungs dazu geboren. Also zu den zwei Jungs nochmal zwei Jungs. Das heißt, fünf Männer, eine Frau. Genau. Aber ich muss sagen, es war dann nicht alles nur rosa Wolken. Denn diese Mannschaft aus vier Jungs, die entpuppte sich dann doch als ziemlich herausfordernd und oft auch überfordernd für mich. Unsere älteren Kinder waren sehr eifersüchtig auf diese Kleinen, haben sehr starke Verhaltensprobleme entwickelt. War das auch, weil die wussten, das sind jetzt eigene Kinder von Ihnen? Oder spielte das keine Rolle? Doch, es spielt auf jeden Fall eine Rolle. Es wäre einfach, man würde sich was vormachen, wenn man sagen würde, es spielt keine Rolle. Also wir haben sie auch schon gefragt, habt ihr euch irgendwie benachteiligt gefühlt? Sie haben uns immer versichert, nein. Und wir haben auch versucht, wirklich aus ganzem Herzen allen gleich zu dienen. Und wobei ich immer, mein Lieblingssatz auch daheim ist immer, nicht jedem das Gleiche, sondern jedem das Seine. Aber es war trotzdem so, dass Auseifersucht am Anfang ganz viel kaputt gemacht worden ist. Ja, also von unseren Großen, ich weiß nicht genau, wer es war, der Tisch war zerkratzt mit der Gabel und mit dem Messer und unser Auto war zerkratzt. Und alle Babysachen waren aufgeschlitzt. Der Wickeltisch und unsere Kleider, vor allem die Babykleider hatten alle kleine Schnitte. Ja, und das war eine sehr, sehr anstrengende Phase. Es ging nur ein paar Jahre. Was heißt nur, also es ging einige Jahre, bis es so zehn Jahre alt war. Und dann hat es abgeebbt, ja. Aber das waren so die ersten Jahre, wo die Kleinen eben klein waren, waren sehr herausfordernd, weil einfach jeden Tag etwas kaputt gemacht wurde. Es war so der Kampf um die Liebe. Das hat sich aber irgendwie gelegt. Hat sich dann beruhigt, ja. Wir sind dann umgezogen. Und es gab da schon einen Tiefpunkt. Ich war auf einer Mutter-Kind-Kur, wo ich völlig fertig war. Und damals sagte der Arzt zu mir, haben Sie sich eigentlich schon überlegt, dieses zweite Kind, wo uns damals besonders problematisch erschien, abzugeben. Und da war ich völlig fertig. Habe ich nur geweint. Und trotzdem war die Frage wichtig für mich. Weil ich spürte, dass Gott mich dadurch fragt, willst du Ja oder Nein sagen? Ich bin kein Opfer der Situation. Ich könnte auch Nein sagen. Und ich war dann damals auf meinem Balkon da oben in dieser Klinik und musste an Hagar denken, wie sie ihren Sohn durch die Wüste schleppt. Trinken ist ausgegangen. Und sie wirft ihn unter den Busch, weil er stirbt. Und so fühlte ich mich. Und Gott spricht zu Hagar und sagt, was ist los? Steh auf, nimm das Kind bei der Hand und fass ihn an der Hand und ich habe was vor mit ihm. Und damals bin ich auch wieder aufgestanden, habe meine Kinder und dieses Kind an der Hand gefasst innerlich. Und wir haben einen Weg gefunden, ja, und sind dann umgezogen. Und die Schwägerin hat uns unterstützt, hat ihn nachmittags zur Hausaufgabenbetreuung genommen und so haben wir einen Weg gefunden. Sie haben offenbar immer alles mit Gott besprochen, was diese wesentlichen Fragen des Lebens angeht. Haben Sie auch sich dann gefragt, vermutlich, warum jetzt werde ich nun doch noch schwanger? Haben Sie da eine Antwort darauf gefunden? Welchen Sinn ergibt das für Sie? Hat Gott, oder konnten Sie dann sagen, ja, jetzt hast du mir meinen Wunsch ja doch erfüllt. Aber eben ganz anders, als ich das erwartet habe. Gott macht es auf seine Weise sehr gut. Und ich war in Frieden schon, als ich die zwei Jungs adoptiert hatte. Und natürlich war das dann einfach eine Überraschung. Schon als ich die zwei Jungs, die adoptierten Jungs hatte, hatte ich immer so eine leise Stimme in meinem Herzen, die so sagte, ich will dir für jedes adoptierte Kind ein leibliches geben. Und ich dachte, ja, das bildest du dir ein oder was. Es war wie so ein Schmetterling, der durch mein Herz flatterte. Und ja, heute weiß ich, es war einfach so, ich glaube, das war so ein Flüstern Gottes in meinem Herzen, dass er das einfach vorhatte. Es war sein Plan für uns, ja, uns eben diese vier Kinder auf diese Weise zu geben, ja. Und ich sage auch immer zu den Jungs, es verbindet uns nicht jetzt, dass ich euch nur geboren habe, sondern mit jedem Kind verbindet mich ja eine Geschichte. Und auf dem beruht auch unsere Liebe und unsere Beziehung. Und ich sage auch immer, Papa habe ich ja auch nicht geboren und den liebe ich ja auch. Ja, also Liebe braucht nicht unbedingt eine Blutsverbindung, ja. Auch wenn es schön ist, leibliche Kinder zu haben, durfte ich ja auch erleben. Aber ich glaube, was uns verbindet, ist diese gemeinsame Geschichte. Und wenn ich so den Stempel Gottes drauf habe, das hat uns schon auch durch all diese schwierigen Erfahrungen durchgetragen, dass ich wusste, das war jetzt nicht meine eigene Idee, mein Selbstverwirklichungstrip, sondern hier hat Gott mich geleitet und er hat gesprochen, hat gesagt, hey, das wird in dein Leben kommen. Und ich bin dabei. Trotzdem könnten Sie ja zu der Auffassung kommen, dass am Ende Gott alle Wünsche erfüllt. Oder ist das Blödsinn? Ja, es ist schon eine Spannung in unserem Leben. Also wenn Sie mich heute fragen, ich hätte schon noch ein paar unerfüllte Wünsche, ja. Und das Interessante ist, ja, wird der eine Wunsch erfüllt, haben Sie ja sofort den nächsten, ja. Also es ist wie beim Computerspielen, was ja unsere Jungs so lieben. Auf jedem Level haben Sie eine neue Herausforderung, ein neues Monster zu besiegen, ja. Und so erlebe ich schon auch das Leben. Also es gab dann einfach mit den erfüllten Wünschen, wir haben vier Kinder, gab es einfach neue Herausforderungen, wo ich neu Gott gebraucht habe und wo ich ihn neu erlebt habe. Also so, dass ich ja schließlich so ein Buch drüber schreiben konnte, ja. Weil einfach so viel passiert ist, immer wieder neu. Und auch jetzt. Was, Sie haben ja nicht klar gesagt, dass Gott alle Wünsche in Erfüllung bringt. Also das wäre ja wahrscheinlich auch ein bisschen naiv. Möglicherweise hat es bei Ihnen geklappt, aber Sie haben, also was die Kinder angeht, aber es haben sich immer wieder neue Wünsche auch aufgetan und natürlich werden nicht alle erfüllt. Was macht man mit den unerfüllten Wünschen? Also haben die irgendeinen Sinn oder muss man sagen, na gut, ist so, werde ich vielleicht mal irgendwann im Himmel eine Antwort darauf finden? Also ich glaube, unerfüllte Wünsche bringen eine Spannung in unser Leben. Und entweder Sie machen mich, wie der Engländer sagt, bitter or better, ja. Entweder Sie machen mich besser oder ich werde bitter darüber. Und ich hatte sehr schwierige Phasen, also eben auch mit einem Sohn, der so auch alle Grenzen anstieß, die man so anstoßen kann im Leben und als Teenager, ja. Und ich weiß, wie ich einmal da stand und sagte, so für mich und ich werde nicht als verbitterte alte Frau sterben. Egal, was du hier aufwirst. Aber es war eine Herausforderung. Aber es war eine große Herausforderung. Und ich glaube, jeder unerfüllte Wünsch stellt uns für diese Frage, wirst du als verbitterte alte Frau sterben oder wirst du dich dadurch zu Jesus, zu deinem Gott drücken lassen, ja. Und ich sage auch manchmal zu Gott, hey, wenn ich das schon erleiden muss und wenn ich da schon durch muss, dann drück uns wenigstens zu dir damit, ja. Und dann will ich wenigstens als Anlass es nehmen, ihn besser kennenzulernen. Das ist auch so ein Satz bei Ihnen, dass Sie so sagen, warum, also da könnte der Sinn von unerfüllten Wünschen sein, Gott näher zu kommen? Dass ich einfach Gott erlebe. Von dem Wasser kennenzulernen. Ich glaube, jeder unerfüllte Wünsch ist eine Startrampe für Erfahrungen, die ich mit Gott machen kann. Denn ich glaube, darum geht es hier auf dieser Erde, dass wir Gott erleben, ja. Dass wir ihn als den Lebendigen erleben, als Gott, als Partner, ja. Als der, der hört, als der, der eingreift, als der, der lebendig ist. Also es war immer meine Sehnsucht in meinem Leben, Gott wirklich zu erleben und nicht nur irgendwie an etwas zu glauben, ja. Es ist ein nicht so einfacher Weg, aber Sie haben offenbar einen gefunden. Und es braucht dafür ein paar Voraussetzungen, nehme ich an, um überhaupt Gottes Plan für das eigene Leben erfahren zu können. Oder das als Gottes Plan zu erkennen und sagen zu können, okay, das ist jetzt so. Einen Teil der Einstellung haben Sie jetzt gerade schon mal benannt. Was würden Sie sagen, gehört sonst noch dazu, damit man das überhaupt so annehmen kann? Also ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man auf das richtige Klima im Herzen achtet, ja. Ich glaube, wir können in einem Klima des Herzens sein, wo nichts geht. Und in der Bibel heißt es an einer Stelle von Nazareth, da heißt es, Jesus konnte nichts tun wegen ihres Unglaubens. Und da sage ich manchmal zu Gott, bewahre mich davor, dass ich in so einem Herzenszustand bin, wo du sagst, ey Mädel, ich würde gern was für dich tun, aber es geht nicht. Du bist so weit weg, du bist so verbittert, du kannst gar nicht empfangen von mir. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir raustreten aus Bitterkeit, ja. Und einfach von Gott Gutes erwarten. Und er hat auch die Atmosphäre verändert, ja. Wenn er in eine Situation reingegangen ist, hat Jesus gesagt, beim Sturm zum Beispiel, schweig und verstumme. Und ich glaube, Gott möchte uns lernen, dass wir nicht dem Sturm die Oberhand in unserem Leben lassen, nicht den unerfüllten Wünsch, sondern dass wir sagen, hey Sturm, hey unerfüllter Wünsch und jetzt schweig und verstumme. Ich will auf Gott vertrauen. Und ich glaube, wenn wir so eine Entscheidung treffen und wenn wir das ausdrücken, dann wird es etwas verändern in unserem Leben. Es wird eine Klimaveränderung schaffen, ja. Es heißt nämlich zum Beispiel von Abraham, habe ich oft gelesen, und er wurde stark im Glauben, indem er Gott die Ehre gab. Und dann dachte ich, ach so wird man stark im Glauben, indem man Gott die Ehre gibt. Ist ja jetzt nicht so schwer, ne. Dachte ich damals jedenfalls. Ehrlich. Ganz zum Schluss noch. Also es wird uns ja jetzt manche Frau oder auch manche Mann zugehört haben, die dann gedacht haben, ja wir würden gerne Kinder haben, klappt aber nicht. Und das haben wir auch abgeschrieben. Was würden Sie denn sagen, also wenn das jetzt 20 Jahre her ist und es nur wirklich vorbei ist, wie kann man trotzdem dann ein erfülltes Leben finden? Auch wenn man sich gesagt hat, das gehört eigentlich für mich dazu, Kinder zu haben. Ja. Also ich glaube, dass jeder Mann und jede Frau zu Vater und Mutterschaft berufen ist. Und ich glaube, wir sollen für diese Welt wirklich Väter und Mütter sein. Und ich habe es vorhin schon gesagt. Und die Bedingung ist nicht, dass ich jemand geboren habe, dass ich für ihn Vater und Mutter sein kann. Diese Welt hungert nach Menschen, nach auch, sag ich mal, älteren Menschen, die sich in die nächste Generation investieren, die sich in andere investieren. Also ich bin auch als Lehrerin tätig. Ich habe jeden Tag viele, viele Kinder vor mir sitzen und sie hungern danach, dass einer wirklich ein Interesse an ihnen hat, dass jemand ihnen ein ermutigendes Wort sagt, dass jemand an sie glaubt und eine Vision für sie hat. Und ich glaube, man kann von Stunde an sagen, gut, Gott, für wen soll ich Mutter und Vater sein? Ich habe wunderbare Eltern, aber viele, ich hatte noch einige Eltern mehr. Ich hatte das Vorrecht, einige Menschen zu haben in meinem Leben, die älter waren wie ich. Und von denen habe ich so profitiert und so viel gelernt. Und es ist mein Wunsch. Ich möchte gerne für viele Menschen, für all die Menschen Mutter sein, wo Gott mich benutzen möchte. Und das beschränkt sich jetzt nicht nur auf meine vier, die mir geschenkt wurden. Und ich glaube, dass wir können viel tun für die nächste Generation, egal ob wir Kinder geboren haben oder nicht. Sie sehen, ich packe meine Karten ein. Erstens ist die Zeit rum, zweitens wird das ein wunderbares Schlusswort. Eine Mutmach-Sendung. Ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Dankeschön. Liebe Zuschauer, auch Ihnen ein herzliches Dankeschön für Ihr Interesse an der heutigen Sendung. Hoffentlich bis bald, wenn es wieder heißt Bibel TV, das Gespräch. Bis dahin machen Sie es gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.